Hallo und herzlich willkommen bei Bautz Sportstech. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vor circa drei Monaten hat Polar die Polar Ignite 3 herausgebracht. Das Besondere daran ist, dass es eine Multisport-Uhr ist, die auch ein AMOLED-Display besitzt. Und wenn euch jetzt interessiert, wie die GPS-Genauigkeit ist, wie gut die Pulsmessung funktioniert und welche speziellen Features die Uhr mit sich bringt, dann bleibt dran, denn das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Fangen wir mit der Optik an. Die Polar Ignite 3 ist eine minimalistische und moderne Sport-Uhr, die gleichzeitig die erste Uhr vom Polar mit einem AMOLED-Display ist. Dieses misst 1,28 Zoll und bietet eine Auflösung von 416x416 Pixel. Das Display wird von einem dünnen Metallrahmen umgeben, der der Uhr dann einen zusätzlichen Schutz bietet und sie etwas hochwertig erscheinen lässt. Die Uhr selbst hat einen Durchmesser von 43 mm und ist 9,5 mm schlank. Die Uhr ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter schwarz, kupfer, lila und zu einem hellen Grau. Das Band der Uhr ist zwar aus einem weichen, strapazierfähigen Silikon gefertigt, der Verschlussmechanismus leider unnötig kompliziert. So schwert das Nach-Innen-Stecken des Bandes ein schnelles Adjustieren. Da es aber ein Standard 20 mm Band ist, kann man hier natürlich dieses Austauschen und ein eigenes verwenden. Der Akku hält laut Polar im Smartwatch-Modus 5 Tage, im GPS-Modus sollen sich 30 Tage ausgehen. Ich habe die Uhr mit ausgeschalteten Always-On-Display betrieben und kann mit dieser Einstellung 4 bis 5 Tage auf jeden Fall bestätigen. Im Always-On-Modus denke ich, dass wahrscheinlich eher 2 Tage machbar sind. Die Knight besitzt wir Vorgänger auf der linken Seite oder auf 9 Uhr einen Knopf. Das ist der einzige auf der Uhr. Wenn man ihn drückt, kommt man im Prinzip ins Hauptmenü, er dient aber auch als Zurück-Knopf. Also wenn ich ihn immer mehrmals drücke, lande ich dann im Endeffekt wieder beim Watchface. Vom Watchface ausgehend kann man durch Wischen nach links oder nach rechts durch verschiedene Ansichten wechseln. Zuerst finden wir die tägliche Aktivität, dann haben wir die wöchentliche Zusammenfassung, die nächste Seite zeigt uns Sonnenauf- und Sonnenuntergang an, wir haben eine Wetterseite, hier der Cardio-Load-Status, hier haben wir die Nightly Recharge, das ist sozusagen die Analyse-Seite für den Schlaf. Auf der nächsten Seite meine Trainingsvorschläge für den Tag und zuletzt finde ich die Musiksteuerung. Gehe ich weiter, bin ich wieder am Hauptbildschirm. Fangen wir mal bei der Seite für die täglichen Aktivitäten an. Hier finde ich meine zurückgelegten Schritte, meine Aktivitätszeit, meinen Puls, mein höchster Puls des Tages, mein niedrigster, genauso wie meine ganzen Kalorien, aufgeteilt in Stoffwechselaktivität und Trainingskalorien. Meine Aktivität am Tag wird automatisch erfasst und wird als Kreis dargestellt. Ich kann das hier zeigen kurz, hier sieht man den Kreis. Wenn dieser voll ist, habe ich mein Ziel erreicht. Ich kann ihn aber auch, wie in meinem Fall, übererfüllen. Was mir aber hier schon zweimal passiert ist und was ich sehr eingerlich finde, ist, dass meine Schritte nicht gezählt wurden. Erst nach einem Neustart der Uhr hat die Uhr dann wieder begonnen, sie zu zählen. Die bis dahin zurückgelegten Schritte waren aber leider weg. Auf der nächsten Seite finde ich die wöchentliche Zusammenfassung. Wenn ich hier reingehe, sehe ich meine ganzen Trainings der Woche noch einmal zusammengefasst und welche Workouts ich gemacht habe. Ich kann sogar noch eine Woche zurückgehen und kann mir das dann von letzter Woche anschauen. Als nächstes finden wir die Seite für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Hier lässt sich sehen, wann Sonnenaufgang bzw. Untergang ist bzw. wann die Dämmerung einsetzt. Auch die Tageslänge rechnet die Uhr für euch automatisch aus. Die nächste Seite zeigt uns das Wetter. In erster Linie sehen wir mal die Temperaturen und das Wetter der nächsten Stunden. Wenn wir drauf tippen, haben wir auch noch eine Wettervorhersage für die nächsten Tage. Auf dieser Seite finde ich den Cardio-Load-Status. Das ist sozusagen die Trainingsbelastung meines Herz-Kreislauf-Systems. Berechnet wird dieser auf Grundlage meines aktuellen Trainings und meiner vergangenen Trainings. Ist dieser Status zu niedrig, sollte ich vielleicht mein Trainingspensum erhöhen. Wenn er zu hoch ist, wäre es eventuell empfehlenswert, einen Ruhetag einzulegen. Hier finden wir im Prinzip die Seite für die Schlafanalyse. Es ist zweigeteilt in den Schlafstatus. Das ist etwas relativ Bekanntes. Hier sehe ich einfach meine Schlafzeit, wie lange ich geschlafen habe, ob es Unterbrechungen gab, wie lange Tiefschlaf, Rennphase sind etc. Auf der linken Seite wird es ein bisschen interessanter. Hier finde ich meinen ANS-Status, sprich den Status meines autonomen Nervensystems. In den ersten Stunden meines Schlafes schaltet dieser in den Ruhe-Erholungs-Modus um. Je weniger Stress ich habe, desto schneller geht das und wirkt sich dann positiv auf meinen Schlaf und auf meine Leistung am nächsten Tag aus. Ich kann auch hier noch einmal hineingehen bzw. runterscrollen und sehe auch dann die durchschnittliche Herzfrequenz, wie meine Herzfrequenzvariabilität war oder auch meine durchschnittliche Atemfrequenz. Auf der vorletzten Seite finde ich etwas, das Polar-Fitzbar nennt. Hier finde ich Trainingsvorschläge, die auf meinem Erholungsstatus, meinem Fitnesslevel und meiner vergangenen Trainingshistorie basieren. Ich bekomme sozusagen Kardio-, Kraft- oder Mobilitätsvorschläge direkt auf meiner Uhr, wenn mir mal kein eigenes Workout einfällt. Und last but not least finden wir die Musiksteuerung, die, wie schon der Name vermuten lässt, die Musik steuert. Ich habe auf der Uhr auch die Möglichkeit, mein Watchface zu individualisieren, wobei die Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Wir finden das unter Einstellungen, Uhrzeitanzeige. Hier habe ich insgesamt vier Möglichkeiten. Eins, zwei, drei und vier. Hier kann ich eines auswählen, mir dann zum Beispiel Hintergrund einstellen oder die Farbe ändern und dann noch da unten zum Beispiel Kalorien, Akkustatus etc. anzeigen lassen. Aber genug von den ganzen technischen Details und Datenfakten und theoretischen Dingen. Schauen wir uns an, wie die Uhr da ist, wo es eigentlich am wichtigsten ist in der Praxis beim Sport. Ich bin hier eine Runde gelaufen, habe zusätzlich die Garmin Enduro 2 mitgehabt und diese ist in Blau und die Polar Ignite 3 in diesem Orangeton. Ja, was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen hat die Ignite 3 eine solide, ziemlich gute Leistung gebracht. Man merkt, dass sie im Wald ein bisschen Probleme hat, aber im freien Feld oder wenn die Sicht einigermaßen in Ordnung ist, zeigt sie eine Top-Leistung. Also hier kann man wirklich nicht viel sagen. Bei der Pulsmessung, muss ich sagen, habe ich ein bisschen gemischte Gefühle. Denn die Messung ist bei gleichmäßiger Belastung, wie bei diesem Lauf hier, wo es nicht zu allzu großen Schwankungen vom Puls kommt oder Tempoänderungen gibt, da ist die Messung mit dem Brustkot auf Augenhöhe. Das ist wirklich top. Also ich war echt überrascht. Das war mein erster Lauf und ich war echt überrascht, wie gut die Pulsmessung auf dem Handgelenk funktioniert. Bei diesem Beispiel hier bin ich eine Strecke mit drei kurzen Intervallen gelaufen. Hier ist das erste Intervall, das ist ein bisschen länger. Und zwei kleinere oder kürzere Intervalle. Aber wie man sieht, konnte die Polarikneite den Puls nicht richtig erfassen und hat im Endeffekt falsche Ergebnisse geliefert. Speziell im ersten längeren Intervall ist der Unterschied enorm. Beim zweiten und dritten wurde es ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen, muss ich hier sagen, war die Leistung der Uhr leider nicht zufriedenstellend. Und hier sehen wir mal, wie sich die Pulsmessung im Vergleich zum Brustkot verhält, wenn wir ein Krafttraining machen. Und ja, man muss halt auch dazu sagen, beim Krafttraining gibt es wahrscheinlich keinen einzigen Hersteller, der wirklich sehr gute Ergebnisse liefert. Hier haben alle ihre Probleme und auch die Polarikneite 3 hat hier zum Kämpfen. Aber ich persönlich muss sagen, mir ist der Puls beim Krafttraining nicht so wichtig. Ich habe gern ungefähre Werte. Das muss jetzt nicht ganz genau passen. Mir persönlich reicht die Leistung. Wenn es jemand natürlich genauer haben möchte, ja, der muss halt dann zum Brustkot greifen. Da führt kein Weg daran vorbei. Meiner Meinung nach ist die Polarikneite 3 die perfekte Uhr für Sport- oder Laufanfänger, weil sie im Prinzip alles bietet, was man am Anfang braucht. Durch die täglichen Trainingsvorschläge habe ich einen Trainer am Handgelenk. Und die Uhr sagt mir sogar, wann ich Gas geben, aber auch mal einen Ruhetag einlegen soll. Und es ist auf jeden Fall ein Ansporn, seinen täglichen Ring zu schließen. Kennt man ja von anderen Marken. Die Sache mit der Pulsmessung ist vielleicht etwas störend, aber kombiniere ich die Uhr mit einem Brustgurt und ich habe diesen Kritikpunkt auch schon kräftig. So meine Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mich wissen, ob ihr die Uhr verwendet, wie eure Erfahrung damit ist. Schreibt das bitte in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, um auch zukünftige Videos nicht zu verpassen. Lasst mir bitte ein Like da. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch mit einem. Bis zum nächsten Mal.